Jo, hier ist Mr. Mike. Heute gibt es mal wieder eine Freiwurf-Challenge. Ich war letztens in der Halle, habe mal ein bisschen geguckt, wie viele Freiwürfe ich in Folge treffe. Und ja, hier sind wir hier. Untertitelung. BR 2018 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 Also ganz einfache Sache, wer die Würfe schafft oder sogar toppt, darf sich bei mir irgendwas aus dem Shop aussuchen und gewinnt damit die Challenge. Gewinnen tut der, der als erstes das Video bei sich auf seinem Kanal hochlädt und es mich wissen lässt. Der Korb sollte schon original sein. Also jetzt hier ein paar Zentimeter Höhe ist egal, aber jetzt halt nicht wirklich auf einen 1,80 Meter Korb werfen irgendwo im Garten oder so. Also sollte doch schon, ja man muss ja, mit dem Auge muss man schon erkennen, dass man halt so im Bereich des Realen liegt, das sage ich jetzt mal. Ja, ausprobieren, werfen ist immer gut, super Übung, da könnt ihr auch so ein Just-Verfahren machen, auch wenn ihr nichts aus meinem Shop wollt, ganz egal, ladet es hoch, ich teile es trotzdem. Und ja, das Freiburg üben, immer ein wichtiges Ding, weil ja, easy points darf man nicht verschenken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mark. Junge gamers – Minden